Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich hab das Spiel seit zwei oder drei Wochen nicht mehr angefasst. Oh, Steuerung. Sack, hier nicht rum. Also könnte es jetzt zu großen Verwirrungen meinerseits kommen und eurerseits und Spieleseits und es ist der Wassertempel oder so. Es kann doch Verwirrung geben. Komm ich gleich noch hin. Willst du bitte doch stärker schwimmen? Ist hier noch was? Nein. Okay. Ah ja, genau. Ihr seid... Ihr seid ja so lustig. Oder seid so... Ihr seid so lustig. Ha. 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 Könntet ihr bitte damit... Pack dein Schwert weg. Pack es weg, pack es. Ja gut, wenn du ein Stein bleibst, dann... Ist gut. Ist gut, Raum geschafft mit ein bisschen Aua, Aua, aber Raum geschafft. Eigentlich kann man die blocken, dann werden sie zu Steinchen und dann ist gut. Eigentlich. Ich mache nicht so, wie es eigentlich gedacht ist. Mach diese verdammte Kiste auf, denn du bist so super doof. Doof, 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 doof. Die leberen Karte, drücke Start, um Penisse zu sehen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, was da was ist. Aber definitiv nichts Gutes. Gutes. Gutes mit... G... Irgendwas muss ich noch machen können, sorry. Ich geh da nochmal hoch. Sonst ergibt es schon nicht keinen Sinn. Kann ich den Wasserstand da verändern? Hm, was? Nichts! Ach komm schon! Ach, wirst doch doof. Naja, nicht schlimm, dann gehen wir... Aha, hier kann ich ihn verächteln. Ja, so eine Tröte. Ach, komm, danke. Zeldas Wegelieb ist gut für alles. Oh geil, mein Freund hat mein Graphic Tablet Stift rumgeschmissen. Geile Scheiße. Bist nicht toll. So. Jetzt... Möchte ich gerne mal da runter gucken. Wenn es denn genehm ist. Okay, da bin ich jetzt nicht gelandet. Das war jetzt nicht ganz so klug. Aber wenn ich Glück habe, kann ich da trotzdem hoch. Ne? Kacke. Gut, dann muss ich hier durch. Ach, ich soll da Pfeile durchschießen. Ne. Ne, keine Lust. Guck mal, das geht auch so. Ich sag, das geht auch so. Kafflush! Und... Hier sind die Dinge an. Perfekt. Hier drin sind wahrscheinlich nur Pfeile. Genau, weil eigentlich so, wenn man mit dem Pfeil durch die Sockel da schießen und... Ja. Habe ich nicht das Bedürfnis zu gehabt gerade. Oh. Oh. Ich pack dein Schwert weg. Okay, die kann ich nicht blocken. Die kann ich nur so erledigen. Okay, komm her. Nein, 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 nein. Komm, mach auf. Ja, nein, nein, nein. Ach, ich bin der Held des Tages. Ich lasse mich von allem treffen. Ich lasse mich schon wieder treffen. Ich glaube es nicht. Nein, nein, nein. Hallo. Hallo. Jetzt ist es aber mal gut hier, oder? Danke. Oh Gott. Ich stehe mich an wie eine Fünfjährige. Selbst die kann auch besser spielen. Ah. Gut, geh bitte auf. Ein kleiner Heldes. Hey. Da ist nix. Okay, dann gehen wir wieder. Ja, dann gehen wir. Ja, dann gehen wir wieder. Hier lang. Und falls ich heute nicht so la... ...deutsch, Casey, Casey, Deutsch wird es zu kaufen für 5,99 im Supermarkt bei Aldi und Lidl. Nein, na. Falls ich heute nicht so sinnvolle Sätze von mir gebe, liegt der an, dass ich einfach von Schmerzen unterbrochen werde. Oh, diese Schmerzen tun weh. Weh tun sie. Weh, weh, weh. Wie, will ich hier überhaupt schon hin? War ich hier nicht schon mal? Keine Ahnung. Keks? Oh, ich möchte auch bestimmt hier rüber. Genau. Und jetzt da hinüber und die Tür aufschließen, ha? Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich nicht. Okay. Ich möchte nicht da hinüber und die Tür aufschließen. Okay. Ich hasse den Wassertippen. Ich hasse ihn einfach nur. Mann. Kann er nicht leiden? Die gehen mir so auf die Nerven. Weiter. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. So, dann schieb mal den Stein. Da kann ich etwas tun. Ey, wir kommen voran. Noch mal langsam. Aber wir kommen voran. Das ist ein kleiner Erfolg. Na komm, schieb, link, schieb. Schieb weiter. Okay. Und jetzt auch da runter. So. Das bringt mir jetzt was. Ah, ich kann da hinten hoch. Gut zu wissen. So. Hoch hier. Hoch, link, hoch. Oh nein. 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 Ach, das war noch das Harmen, Oso. Nein. Line jump. Follow in. Oh, geht geil. Weiter. So. Abends. Oh nein. Nein. Ihr hört meine Begeisterung? Ja, gut. Hätten wir das ja geklärt. Ah. Nein. Ja, 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 ja. Keine Ahnung, ob ich da wo ich hin muss. Ich vermute es jetzt einfach mal. Oder? Ich gehe doch lieber erst mal runter. Keine Ahnung, was ich machen muss. Ja, hier ist eine lustige Strömung, die mich nicht interessiert, wenn ich Eisenstiefel anhabe. Vielleicht noch nicht hoch. Hä, was muss ich denn machen? Sehe ich das vielleicht wieder, wenn ich dumm rumschwimme? Ach Gott, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Moment. Lass mich mal auf den Grund des... ...des Wassers. Du hast doch hier einen Schalter in deinem Maul. Kann ich den denn von da drin aus sehen? Ich würde mich jetzt brennend interessieren, aber ich tippe leider auf nein. Was ich nicht so toll finde. So. Okay. So. Warum ich auch immer auf Speicher drücke? Ich habe keine Ahnung. Okay. So ist gut. So ist gut. Die Schuhe an. Ich glaube nicht, dass ich das von hier aus irgendwie sehen kann, ne? Äh. So. Nein. Hier vielleicht. Komm schon. Das könnte funktionieren. Nein. Okay. Okay. Ja. 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 Nein. Ja. Nein. Ja. 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 Passt. Kann ich hier hoch oder... Oder warum? Kann ich hier rein? Ach. Okay. Ich kann... Ah. Ich kann hier hoch. Gut zu wissen. Und dann gehen wir mal auf. Ein kleiner Schlüssel. Ja. Gut. Dann gehen wir da wieder runter. Ziehen schon mal die Stiefelchen um. Ja. Okay. Ziehen wir die Schülchen um. Na komm. Gib mir die Schülchen. Die Lederschülchen. Für... Heute zu kaufen. Da bin ich mal eine Lederschuhe. Für nur... Äh. Für nur... Keine Ahnung. 1999. Der Hechtmann. Okay. Ähm. Wie haben wir alles? Sieht so aus, oder? Wie komm ich denn da hoch? Ach, gar nicht. Klar. Ich komm hier auch wieder irgendwann zurück. Aus irgendeiner Nische. Nee, ist gut. Ist gut. Hab ich kein Problem mit. Hier kann ich einfach so rüber. Wenn mein Haken langmild wäre. Mein Ente-Haken. Dankeschön. So. Hier geht's runter. Also Stiefelchen wieder anziehen. So. Damit hätten wir zwei kleine Schlüssel. Ähm. Die Karte hat zwei kleine Schlüssel in, äh... Fast elf... Ein bisschen mehr als elf Minuten. Wow. Was ein Fortschritt. Mann. Nee, ist nicht... Oh, Mann, Leute. Das ist nicht... Äh. Kriegt die Krise hier. Hallo. Danke. Nein. Ja. Ja. Nein. Ja. Ach komm, ist mir's egal. Hi. War ich da schon drin? Keine Ahnung. Wird jetzt ausprobiert. Mit schweren Stiefeln. Einfach nur, weil ich's kann. Viel zu vorn. Die anderen anzuziehen. War ich da schon drin? Nein. Nein. Hier kann ich eine Bombe hinlegen. Gut. Bombe. So. Zurück. Zurück. Schön. Und runter. Ja. Ja. Fand ich nicht nett von dir. So. Okay. Ähm. Da. Oh Gott. Schuhe. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ich mag den Lasten. Ich mag ihn. Ich liebe ihn und ich hasse ihn. Aber ich glaub, das geht jedem so. Na. Musik ist einfach nur geil. So. Dann lass mich mal hier hoch. Dankeschön. Äh. Äh. Und. Und. Ja. Geschön. Hi. Hi. Hier. Hier würde ich mal ein paar Herzchen ausspucken können. Und. Das ist nur für ne. Gott. Nichts. Ich muss nur. Ernsthaft. Ist ja ätzend. Na komm. Geht fort. Gibt's hier wesentlich was. Was für die Fee. Nein. Lass. Du hast alle Gottes. Götter zerstört. Hier hast du ein. Was. Ist das. Kann ich das näher betreiben. Nein. Ich fand das gerade lustig. Hallo. Ich will den Glitch noch. Gib mir nochmal den. Ich meine. Ich hab da auch ein Grafik Glitches. Aber. Das sieht aus wie da wo. Wie da. Wo. Oh Gott. Bringt mich um. Das sieht aus. Wie die. Fläche oder Ebene. Wo ich. Ähm. Dem. Nein. Wo ich Dark Link begegne. Alter. Wo ich Dark Link begegne. So. Jetzt zieht diese verdammten Schuhe. Danke. An. Man kriegt noch zu viel. So. Damit hätten wir auch das Geheimnis gelüftet. Tralari. Tralara. Wunderbar. Ging jetzt wieder hoch. Und. Ja. Mit zwei kleinen Schlüsseln. Einer goldene Skottola. Und. Der Paratop. Der Paratop. Immer noch. Jetzt nach knapp 15 Minuten. Eigentlich sollte ich die Folge beenden. Aber. Ich möchte noch vorher hoch. Wenn es genehm ist. Äh. Äh. Ja. Da hoch möchte ich. Danke schön. Und bitte einmal ein Lied trellern. Ja genau dieses Lied. Dankeschön. Dede. Dede. Ich mag das klassische Lied. Ich weiß nicht, ob ich es einfach mal umgeschrieben bin. Bad dunklen Tönen. Dede. So. Jetzt kommst du hier drauf. Und kannst da hinüber. So. Auf der Ebene waren wir schon mal, oder? War auf der Ebene nicht der Eingang? Weiß ich nicht. Aber wie kommen wir jetzt hier für einen Schlüssel? Von dem her passt das. Also machen wir hier mal auf. Mal gucken, was uns dahinter erwartet. Ich höre Wasser. Das gefällt mir schon mal nicht. Oh Gott. Gut Leute. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn wir auf dieser Wasserfritiene da hochgehen. Bis dahin.